Alles rot im Kryptomarkt, alle Coins gehen runter, der Kryptomarkt kapituliert, der Kryptomarkt kollabiert zur Stunde, Bitcoin 24% Verlust in den letzten 24 Stunden, der Ether 40% Verlust in den letzten 24 Stunden, 2200 Dollar nur noch, der BNB 44% Verlust, nur noch 312 Dollar, man sieht hier der Ripple 44%, der Doge 51%, Polkadot 48%, es geht nur noch runter, die absolute Panik, die absolute Verzweiflung, was ist da los? Und ich versuche das jetzt mal mit euch gemeinsam ein bisschen aufzudröseln, was hier gerade passiert. Heute Morgen aufgewacht 15% Minus beim Bitcoin, 15% beim Ether, das war irgendwie alles noch so im Rahmen, natürlich ist das alles nicht schön, ist kein schönes Gefühl morgens aufzuwachen, das ganze Portfolio geht runter, aber Korrekturen in dieser Größenordnung, vor allem auch nach so einer Woche wie letzte Woche, dass es irgendwann immer weiter runter geht, bis es irgendwann irgendwo einen Boden findet, ist normal, aber das, was jetzt passiert, das ist schon echt extrem und ich glaube, das hängt jetzt damit zusammen, dass wir gerade zur Stunde ungefähr 9 Uhr in den USA haben, die Amerikaner sind aufgewacht, genau wie wir heute Morgen haben in ihre Portfolios geguckt und gedacht, was ist denn da los? Und jetzt gehen da die Panikverkäufe natürlich richtig weiter und ich glaube, wir haben hier noch lange nicht wirklich das Ende gesehen, das ist jetzt quasi ein Flash Crash, den haben wir irgendwie so schon lange nicht mehr gesehen und zwar ist das genau ein Jahr hier, letzten März, nicht genau ein Jahr, etwas mehr als ein Jahr, letzten März, da hatten wir einen ähnlichen Flash Crash und danach ist es dann irgendwann auch wieder hochgegangen, aber nur weil das letztes Jahr passiert ist, heißt das natürlich nicht, dass das dieses Jahr auch passiert so und jetzt schauen wir mal, ich glaube, ich ahne oder ich weiß ein bisschen, wir sind ja alle, wir haben ja alle keine große Ahnung, weil keiner kann jetzt die Zukunft voraussehen, man kann immer nur Mutmaßungen anstellen, aber was ich gerne mit euch besprechen würde ist, ist das jetzt nur eine Fleischwunde oder haben wir wirklich den Moment verpasst, wo wir hätten aufgeben müssen, ist wirklich alles verloren, ist das so und was ist jetzt zu erwarten vom Markt? Also gestern kam eine Meldung raus, dass auf Reuters, dass China Krypto verbietet. China Krypto Verbot, China bans Financial Payment Institutions from Cryptocurrency Business und wie immer im Krypto Bereich, eigentlich wird immer nur die Headline gelesen, der Artikel selber ist schon mal nicht mehr so wichtig und natürlich geht es dann direkt los, verkaufen, 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 weil es ist dieses übliche Spiel, einer liest das und denkt so, naja, ich bin ja jetzt hier im Krypto Bereich und es macht mir eigentlich keine Angst, aber wenn die anderen das lesen, dann verkaufen die, also verkaufe ich jetzt auch schnell und dann geht diese ganze Kaskade los, was wir jetzt auch sehen, was ist tatsächlich los? Also China hat tatsächlich nochmal bekräftigt, dass ein Verbot von 2013, 2017 bekräftigt, dass schon lange intakt ist in China und das wurde also jetzt nochmal quasi verstärkt, bestärkt, dass das gilt und dieses Verbot, das führt dazu, dass also tatsächlich Krypto offiziell in China verboten ist. Ich muss aber auch echt ganz klar sagen, also ich denke, dass die allermeisten das auch zugeben müssen, wenn sie ehrlich sind, ich bin, ich habe von China überhaupt gar keine Ahnung, ich bin einfach nur irgendein Westeuropäer, ich habe wirklich keinen Einblick, wie China funktioniert, ich weiß nicht wirklich, wie dieses System tickt, ich weiß da nicht, wer was zu sagen hat, ich weiß auch nicht, wer, wenn einer, wenn so ein Verbot ausgesprochen wird, welche Auswirkungen das tatsächlich auf den chinesischen Markt hat, denn also wenn man solche Artikel liest, die sind dann schon mal erstmal von einer Meldung von irgendwas in China übersetzt worden ins Englische und da geht eigentlich meistens schon wieder ganz viel Information verloren, dann wissen auch die Leute, die sowas hier schreiben, in der Regel nicht wirklich Bescheid, wie China funktioniert. Und es kommt dann so eine Meldung raus und natürlich, wenn man das hier liest, dann denkt man, dass da eine gewisse Kompetenz hinter ist, die aber meiner Meinung nach durchaus komplett in Frage steht. Aber es besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass in China Krypto nicht erlaubt ist, dass China in Krypto restriktiv gehandhabt wird und dass diese Restriktionen absolut intakt sind und weiter wirken. Allerdings muss man auch sagen, dass in der Vergangenheit immer mal wieder ein Krypto Verbot in China, das nicht wirklich dazu geführt hat, dass der Markt dauerhaft im Minus war, sondern im Gegenteil. Zum Beispiel, wenn wir uns anschauen, das Bitcoin Verbot von 2017, ich suche das mal gerade, wann das war, das war so ungefähr im September, also 11.9., ich meine auch, das wäre im September gewesen. Das hat nicht wirklich dazu geführt, dass also die Kursverluste, die aus diesem Verbot resultierten, von großer Dauer waren, wie zum Beispiel hier im, ich mache mal einfach den Chart hier auf, dann kann man sich das auch mal genauer angucken. Wir haben hier, Moment, wir sind beim Bitcoin, Bitcoin 34.000 Dollar, da ist der September, da gehen wir nochmal ein bisschen zurück hier, dass das irgendwie anständig, genau hier. Also wir haben hier ein Krypto Verbot gehabt, das war hier so Mitte September, also hier, machen wir das mal auf, hier ist also quasi genau 11.12. September, hier sieht man also den Drop, es ist auf 3.100 Dollar runtergegangen, dann gucken wir doch mal schnell von wo, ich meine es wären so 4.000 gewesen oder sowas. Ja, also so 4.500, 4.600 auf 3.100, aber wenn man dann, also das war quasi der Drop, der durch das Bitcoin-Verbot, durch die Meldung des Bitcoin-Verbots irgendwie gekommen ist. Und dann, wenn man sich die Kursentwicklung anschaut in den folgenden Monaten, dann sieht das ungefähr so aus. Hier ist das, das hier, dieser kleine Dip hier, das ist das Verbot, das also tatsächlich zu einer ziemlichen Korrektur geführt hat, aber nicht vergleichbar mit der heutigen Korrektur. Also und dann ist hier also quasi, sind wir hier auf dem neuen All-Time-High von ungefähr 19.000 Dollar angekommen, irgendwann nur wenige Monate später. Also ein Krypto Verbot in China führt nicht automatisch dazu, dass wir dauerhaft in einem Bären-Market landen, jedenfalls nicht notwendigerweise. Aber es führt schon dazu, dass die Kurse abschmieren, vor allem 2013 ist das der Fall gewesen. Gehen wir mal hier 2013, da war im, ich meine im Dezember wäre es gewesen, irgendwie gucken wir doch mal hier nach. Ja hier, 5.12.2013, also im Dezember. Wieder Krypto Verbot China, schauen wir mal nach, was war da im Dezember 2013. Hier, genau, also hier sind wir noch im November, da ist quasi so ein All-Time-High, viel Volatilität, nochmal fast ein All-Time-High und dann kommt irgendwann hier 5. Dezember kommt das Krypto Verbot und hier geht es dann drastisch runter und nochmal drastisch runter. Also es ist ein erheblicher Verlust gewesen von All-Time-High ungefähr bei 1200 Dollar bis runter nach 559 Dollar. Also ähnlich wie es jetzt auch auf dem Markt aussieht, wir korrigieren einfach mal um die Hälfte, wenn nicht sogar noch mehr als die Hälfte durch Krypto Verbot in China. Also diese Situationen sind immer wieder vorgekommen, Krypto hat sich irgendwie auch erholt. Und das heißt aber jetzt nicht, dass das hier in unserem Fall jetzt sofort passieren wird, sondern es wird mit Sicherheit irgendwann wieder hochgehen. Und jetzt sind wir sicher auch in dem Bereich, wo die allermeisten nicht mehr, die allermeisten Leute, die quasi jetzt in den Bäre, in den Bull Market eingestiegen sind, im Plus sind, sondern jetzt werden viele im Minus sein. Und es ist jetzt an der Stelle wirklich mal wichtig, sich die Langzeitperspektive nochmal vor Augen zu führen. Warum sind wir eigentlich im Krypto-Bereich? Wo liegen hier eigentlich die Chancen? Wir sind ja jetzt nicht nur hier zum Traden, um jetzt irgendwie innerhalb von zwei Monaten 10x Gewinne zu machen, sondern wir haben ja auch eine Idee hinter Krypto, eine Vision hinter Krypto. Und es ist jetzt in der Situation wirklich mal wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Was wollen wir hier? Wo stehen wir eigentlich? Auch wenn alles rot ist, in welche Richtung geht das Ganze? Ich glaube, es ist jetzt wichtig an der Stelle, wenn man im Minus ist, jetzt sollte man wirklich aufhören zu verkaufen. Das ist jedenfalls meine persönliche Meinung. Ihr müsst wirklich selber wissen, was ihr macht. Ich glaube, es ist wichtig, jetzt einfach irgendwie die Sachen in der Hand zu halten, nicht aus der Hand zu geben, weil jeder, der jetzt kauft, steigt extrem günstig ein. Jeder, der jetzt aussteigt, steigt mit Verlust aus, wenn er irgendwie jetzt vor ein, zwei Wochen oder vor ein, zwei Monaten gekauft hat. Das ist irgendwas, was sich auf lange Sicht bestimmt rächen wird. Warum glaube ich das? Folgendes Gedankenexperiment. Und ich lade euch jetzt mal ein, dieses Gedankenexperiment mit mir zu machen. Wir müssen einfach mal ein bisschen ab, jetzt diese Kurse auszublenden. Wir sind jetzt hier, wir schauen uns das jetzt erstmal gar nicht mehr an, sondern wir schauen jetzt mal auf die Langzeitperspektive und wir gucken mal hier, der Bitcoin ist jetzt auf 34.000 Dollar. Und es kann sein, dass der jetzt irgendwann später weniger ist, sagen wir mal 30.000 oder so. Überlegt einfach mal, wie viele Menschen auf dieser Welt jemals in ihrem Leben in der Lage sein werden, auch nur einen einzigen vollen Bitcoin zu besitzen. Bei 34.000 Dollar. Ich behaupte, dass die allerwenigsten Leute in, sogar in der westlichen Hemisphäre, in unserer, in unseren Gefilden, in unserer Gesellschaft, in unseren Leben, jemals in ihrem Leben in der Lage sein werden, einen einzigen Bitcoin zu besitzen. Und es werden die allermeisten, werden niemals einen ganzen Bitcoin besitzen, weil wer hat hier mal eben so 30.000 Euro, 28.000 Euro, was auch immer übrig, um sich einen vollen Bitcoin zu kaufen, mit dem man eigentlich so überhaupt nichts machen kann. Es ist ja kein Auto, es ist kein Haus, es ist kein Urlaub, es ist einfach irgendwas ganz Abstraktes, was irgendwie so rumliegt und womöglich mal irgendwann an Gewinnen, also einen Gewinn abwerfen wird, aber die allerwenigsten Leute werden in der Lage sein, einen ganzen Bitcoin zu kaufen. Und das ist etwas, was in Zukunft noch drastischer wird. So, das mal vorausgesetzt. Schauen wir einfach mal auf Ethereum. Ethereum ist jetzt bei 2.125 Dollar. Gucken wir einfach mal, wo es jetzt ist. 2.324 Dollar. Jeder, der jetzt in dem letzten Bull Market, egal bei welchem Preis und sei es auch bei 4.600 Dollar, einen, auch nur einen einzigen Ether gekauft hat, wird wahrscheinlich in den kommenden Jahren zu dieser Elite zählen, die in der Lage sind, einen einzigen Ether zu besitzen. Zu den ganz wenigen Menschen auf diesem Planeten, die einen einzigen Ether besitzen können. Jetzt kann man sich das wahrscheinlich noch leisten, auch wenn der 4.000 Dollar kostet. Aber wenn der Ether im Kurs dem Bitcoin folgt in den nächsten 4, 5 Jahren, wovon ich ganz stark ausgehe, dann wird irgendwann die Situation kommen, wo die allerwenigsten Leute in der Lage sind, sich auch nur einen einzigen Ether zu kaufen. Und ihr, wenn ihr jetzt in diesem Bull Market dummerweise am Alltime High gekauft habt und auch nur einen einzigen Ether gekauft habt, werdet dann in 5 Jahren zu diesen Menschen gehören, zu diesen wenigen Menschen auf diesem Planeten, die jemals in ihrem Leben einen ganzen Ether besitzen werden. Und wenn ihr das gemacht habt, weil ihr meine Videos geguckt habt, dann habe ich dafür jetzt ein Like verdient. Und bitte klickt auf den Like-Button, das habe ich mir jetzt verdient, weil ihr seit jetzt gehört jetzt zu denen, die in diesen elitären Club gehören, die einen einzigen Ether oder mehr besitzen. Außer ihr verkauft. Das heißt, klickt den Like-Button, anstatt zu verkaufen. Das ist hier quasi das Mantra. Like nicht verkaufen, Like drücken nicht verkaufen. Ich gehe davon aus, dass der Ether irgendwann in diesem Kursbereich von Bitcoin landen wird. Warum mache ich das? Warum denke ich das? Weil der Ether bekommt im Sommer ein Upgrade. Das ist das EIP-1559. Das EIP-1559. Schaut bitte einfach mal auf YouTube von Finematics. Das Video. Hier ist das erklärt. EIP-1559 Finematics. Ich glaube, ich setze auch einen Link hier in die Description. Schaut euch das mal an. Da kommt eine Änderung, ein Upgrade von Ethereum. Und wir reden nicht von Ethereum 2.0. Wir reden nicht davon, dass wir jetzt Sharding kriegen oder irgendwas anderes. Wir reden einfach nur von einem kleinen Upgrade, dass die Art und Weise, wie die Transaktionsgebühren im Ethereum-Netzwerk gehandhabt werden, verändert. Und diese Änderung wird dazu führen, dass Transaktionsgebühren zu einem großen Teil nicht mehr an die Miner gehen, sondern dass sie verbrannt werden. Und das bedeutet, dass die Menge an Ether, die neu rauskommen, also die Ether-Inflation, dass die drastisch sinken wird. Das heißt, der Ether wird in Zukunft, und zwar in zwei Monaten, in zwei Monaten, wird der Ether deutlich seltener als Ressource. Das wird eine seltene Ressource werden, so ähnlich wie auch beim Bitcoin. Und das heißt, es wird schwieriger, einen Ether zu kaufen. Das kann sein, dass der Kurs davon erstmal unabhängig bleibt. Aber auf lange Sicht wird das nicht der Fall sein. Ich rede nur von diesem einen kleinen Mini-Upgrade, das dann passiert. Und dann haben wir noch Ethereum 2.0, das auch bald rauskommt. In sechs Monaten oder so sind wir auf Proof-of-Stake. Wenn Proof-of-Stake draußen ist, jetzt kann man schon Ether staken, aber in sechs Monaten geht das richtig los. Oh, ich sehe gerade die Ethereum-Gasgebühren von 1616 Gwei. Wahnsinn. Unglaublich. Jedenfalls, also wenn Proof-of-Stake richtig losgeht, dann müssen, dann können Leute ihre Ether wegpacken, aus der Zirkulation rausnehmen, um an dem Netzwerk teilzunehmen und um Rewards zu bekommen. Das wird die Menge von zirkulierenden Ether weiter reduzieren. Ether wird also noch seltener werden. Und jetzt, zwei Monate vor dem Upgrade, sechs Monate vor dem Proof-of-Stake, habt ihr die Chance, Ether zu kaufen oder einfach das Glück, dass ihr Ether in eurem Wallet schon habt. Egal, wo ihr gekauft habt. Egal, was ihr dafür bezahlt habt. Weil mehr als 4.600 Dollar werdet ihr nicht dafür bezahlt haben, denn das war das Alltime-Mai. Ihr zählt jetzt zu den wenigen, die das geschafft haben, zu diesem Preis, in dieser Situation, bevor die Deflation kommt, bevor der Ether seltener wird. Ihr seid diejenigen, die das geschafft haben, da noch zu kaufen. Jeder andere, der jetzt nicht gekauft hat, wird in einem ganz anderen Markt, in einer ganz anderen Situation, in einer ganz anderen technologischen Situation versuchen, Ether zu kaufen. Und der Ether hat einen Nutzen. Wir haben DeFi, wir haben die NFTs. DeFi ist gerade mal, so wie wir es jetzt im Moment haben, weniger als ein Jahr alt. Es ist nicht mal ein Jahr her, dass der DeFi-Bereich richtig gestartet ist. Das ist nicht mal ein Jahr her. Zwar gab es vorher schon ein paar Projekte, aber der DeFi-Bereich, so wie er jetzt ist, mit diesen ganzen vielen, vielen verschiedenen Projekten, den gibt es noch nicht mal ein einziges Jahr. Und überlegt mal, was man in diesem einen Jahr alles geschafft hat. Und was man jetzt in den nächsten zwei bis drei Jahren noch alles sehen wird, das können wir uns alles noch gar nicht vorstellen. Und das wird alles auf Ethereum laufen. Es wird sicher vielleicht auch auf Cardano laufen und auf Polkadot, auf diesen ganzen Projekten, die jetzt sind. Alles ist jetzt im Moment unten im Kurs. Und wenn ihr irgendwie Geld übrig habt, ich kann euch wirklich nichts wirklich empfehlen, aber mein Gefühl ist, wir sind im Moment an einer historischen Stunde, wo wir in der Lage sind, in etwas einzusteigen, wo der Zug schon längst abgefahren ist und wir dürfen jetzt nochmal aufspringen. Aber was wir auch brauchen, ist starke Nerven, Geduld. Wir müssen lange warten, bis das jetzt wieder hochgeht. Glaube ich zumindest. Es wird nicht übermorgen, nicht nächste Woche wieder alles auf dem Alltime High sein. Es wird womöglich noch viel schlimmer kommen. Deshalb behaltet die Nerven, schaut euch das in Ruhe an, eiskalt, wie so ein Scharfschütze, müsst ihr jetzt irgendwie warten, 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 bis die Gelegenheit kommt und dann womöglich nochmal nachkaufen, wenn ihr in der Lage seid. Wenn ihr Ether in eurem Portfolio habt, wenn ihr Bitcoin in eurem Portfolio habt oder auch diese anderen Coins, Cardano, ADA, Matic und so weiter, haltet die fest, verkauft die nicht. Jeder, der jetzt kauft, hat Glück. Jeder, wenn einer kauft, gibt es immer auch irgendeinen, der die verkauft hat und das ist nachher der Doofe, der irgendwie zuguckt, wie die Kurse hochgehen und dann seine Sachen aus der Hand gegeben hat. So, das mal das. Die andere Sache, die ich gerne erzählen würde, ist, schauen wir einfach mal, was jetzt in den nächsten, in den letzten Wochen passiert ist. Zum Beispiel bei Polygon. Bei Polygon ist einiges passiert. Polygon war vor vier Wochen noch ein Projekt, das relativ, das sich so ein bisschen anfühlte wie so eine Geisterstadt im Wilden Westen, wo da so dieses Tumbleweed, dieses, diese, diese, diese komischen Bälle da hier durchwehen und man hört quasi jede Grille zirpen und so. Kein einziges Projekt da drauf oder nur ganz wenige und da war auch fast noch gar keine Liquidität. Und jetzt, was ist in den letzten zwei Wochen passiert auf Polygon? Wir haben zum Beispiel, es ist in den letzten zwei oder drei Wochen zum Beispiel Curve dazu gekommen. Curve gibt es auf Polygon. Es gibt nur einen einzigen Pool, den Aave Pool. Aave ist dazu gekommen in den letzten Wochen. Dann ist Bifi auf Polygon gestartet. Hier sieht man das. Und wenn wir mal schauen, bei Bifi auf Polygon ich verbinde mal gerade das Wallet, dann gibt es hier diesen Krill Pool, Krill USDC LP und er hat eine APY von 668.000%. Woran erinnert uns das? Das erinnert uns an die Binance Smart Chain im Januar, im Februar, als man bei Bifi dauernd diese Pools hatte mit diesen Mega-APYs, wo man 3, 4, 5% APY pro Tag hatte. Das ist das, was jetzt auf Polygon gerade losgeht. Und es gibt noch mehr. Zum Beispiel SushiSwap ist jetzt auf Polygon gestartet. Und SushiSwap auf Polygon bietet hier die Möglichkeit, Yield Farming zu machen. Und man bekommt als Rewards zwei verschiedene Tokens, nicht nur einen, nicht einen Reward-Token, sondern man bekommt Matic und Sushi. Gibt es ganz selten. Bei Polygon gibt es das jetzt seit 2 oder 3 Wochen. Dann OneInch ist auf Polygon gestartet. Dann haben wir ein Projekt, das heißt ScaleSwap. ScaleSwap ist ein Launchpad, das jetzt noch nicht mal einen Token hat, das gerade erst noch nicht mal ein White Paper hat, das aber irgendwie hier ein Launchpad auf Polygon anbieten wird, wo neue Projekte starten, wo neue Coins rauskommen werden. Hier kann man sich in den Newsletter eintragen. Dann ist man quasi am Anfang dabei, von Anfang an dabei und kann hier mitmachen, bevor das ganze Ding live ist. Und hier, das ist quasi die Chance, in ein Projekt einzusteigen, das einem die Chance bietet, in andere Projekte einzusteigen, die auch noch gar nicht gestartet sind. Also einfach nur der Wahnsinn. Dann ist hier noch eine Sache gestartet, die finde ich auch ganz lustig und zwar ist das Chamham. Chamham ist irgendwie ein Projekt, ich glaube so richtig für die Leute, die meinen Kanal regelmäßig gucken, brauche ich nicht viel zu sagen, aber das sieht extrem nach Venus aus. Das ist also einfach ein unverschämter Klon von Venus oder es ist von demselben Team. Das glaube ich aber nicht, weil dann wird das wahrscheinlich auch Venus halten. Und ganz wichtig, ich habe mir das Projekt noch gar nicht richtig genau angeguckt. Ich habe es nur irgendwie heute auf Twitter gesehen, musste so ein bisschen schmunzeln, weil Chamham ist, glaube ich, die Suchmaschine aus der Fernsehserie The Good Wife. Das ist also quasi eine fiktive Suchmaschine. Da gab es so einen Internet-Milliardär, der irgendwie so eine Suchmaschine gebaut hatte und da ging es dann in der Story um irgendwas und die haben jetzt den Namen einfach übernommen, sogar das Logo aus der Serie genommen. Das ist also witzigerweise etwas, was eine fiktive, ein fiktives Internet-Projekt, das jetzt in der Realität angekommen ist, weil Leute einfach eine fiktive Marke geklaut haben und hier umgesetzt haben in Form dieser Plattform. Hier gibt es fast noch gar keine Assets. Die APYs sind eigentlich ganz okay, aber ich muss echt dazu sagen, ich habe mir das Projekt selber noch überhaupt nicht angeguckt. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Ich weiß noch nicht, ob das ein Scam ist. Also ihr müsst euch wirklich bitte, bitte macht euch selber schlau, wenn ihr in solche Projekte hier reingeht. Das ist von mir also ganz klar keine definitive Empfehlung, nur ein witziges Projekt. Geht jetzt auch gerade erst los, hier ist fast noch gar keine Liquidität drin, wie man hier so sieht, zum Beispiel 130.000 USDT Liquidität im USDT Pool. Also da merkt man erst mal, wo man steht und das betrifft die ganzen Layer-2-Geschichten. Die Layer-2-Geschichten stehen gerade erst am Anfang. Wir sind also wirklich in der Steinzeit der Matic, der Polygon-Story. Es geht gerade erst alles los. Es hat das Potenzial, sowas wie die Binance Smart Chain zu werden. Keiner weiß es. Man weiß auch nicht, wie sich jetzt der aktuelle Kurssturz, Absturz im Kryptomarkt, die Kapitulation hier auswirkt. Aber lasst uns da überhaupt nicht mehr drüber nachdenken. Wer jetzt noch nicht ausgestiegen ist, meiner Meinung nach, sollte einfach drin bleiben, einfach Geduld haben und sei es auch nur ein, zwei Jahre, wenn es schlimm kommt, jetzt bloß nicht irgendwie in Panik nochmal alles verkaufen. Das ist auf jeden Fall mein Tipp, weil sowas hier, das geht auch vorüber. Vielleicht wird es noch schlimmer, vielleicht auch nicht, aber wenn ihr nicht verkauft, habt ihr eigentlich auch erstmal keine Verluste gemacht, weil ihr habt erst Verluste gemacht, wenn ihr verkauft. Vorher habt ihr einfach nur ein Portfolio, das nicht mehr so viel Wert ist wie vorher und das womöglich im Wert nochmal steigen wird. Das jetzt, ich gucke jetzt nochmal nach, was habe ich noch auf dem Zettel? Nee Leute, ich bin fertig. Ich habe glaube ich genug erzählt und ich würde einfach sagen, wir schauen uns das ganze Blutbad jetzt nicht weiter an. Es ist echt übel. Wartet einfach mal ein, zwei Tage. Schaut nicht so viel drauf und wartet. Habt Geduld. Irgendwann geht es wieder hoch. Darüber freue ich mich. Bis dahin. Geduld. Musik Musik Musik